Jetzt wird es ernst für unsere Ampelregierung. Die Bauern haben endgültig die Schnauze voll und mit ihnen die Bürger. Endlich Schluss mit dem Wahnsinn, Neuwahlen und eine Neuausrichtung der Politik, die Deutschland nicht vor die Wand fährt. Wirft gleich den ganzen Mist und die Gülle vor den Reichstag. Wow, wow, nicht so vorschnell, erstmal eine Stufe zurück. Wie kam es denn überhaupt zu diesen Demonstrationen der Bauern, die wir jetzt gerade haben? Es fing damit an, als die Bundesregierung mit ihren neuen Sparplänen die Subventionen für die Landwirte einschränkte. Darunter zum Beispiel den Agrardiesel. Das natürlich gefällt den Landwirten überhaupt nicht, dass die Subventionen gestrichen werden. Denn das ermöglicht auch sehr vielen Landwirten überhaupt, ihre Tätigkeit nachzugehen. Und kann auch hier wieder für einige Existenzen bedrohen. Klar geht man da demonstrieren, wenn nichts anderes übrig bleibt. Ich habe ein kleines, kompaktes Kurzvideo gemacht, wo ich ja zunächst die Anbaumethoden der konventionellen Landwirtschaft kritisiert habe und die Bauern-Demos dann auch dafür genutzt habe, als Möglichkeit, beziehungsweise zum Hinweisen darauf, dass wir mal den Weg der Permakultur einschlagen sollen. Was passiert ist, was passieren musste, ich habe ordentlich Kritik bekommen, auch Beleidigungen und einer hat mir sogar vorgeworfen, ich würde von der Ampel finanziert werden. Wäre schon interessant, wenn die Ampel mich finanzieren würde, jemanden, der auch die Ampel kritisiert, auch kritisch gegenüber den Klimapolitik steht, aber so einem kann man ja trotzdem Geld geben. Ich denke nicht, nein, ich werde nicht von der Ampel finanziert. Das ist schon wieder das klassische Schwarz-Weiß-Denken, hatte ich auch bei der Corona-Pandemie, wo ich halt dann hier bei der Impfausleitung jetzt das ein bisschen entschärft hatte, dass man nicht die Schuld der ganzen Herrn Lauterbach, die ganzen Politiker geben soll und den irgendwie an die Pranger stellt und zum Teil auch manche den Tod wünschen möchten, sondern dass ich halt gesagt habe, es ist passiert, zum Teil auch eine freiwillige Entscheidung, hat ja niemanden zu irgendjemandem gezwungen, auch wenn es da mit großem Druck passiert ist und die Leute sich halt dann jetzt mehr um ihre Probleme und ihre Gesundheit kümmern sollen und haben halt dahingehend Tipps bekommen und da hat man mir gesagt, ich werde von der Pharma-Mafia komischerweise finanziert. Also hier einfach dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken, stimme ich nicht 100% der einen Seite zu, dann gehöre ich zu der anderen Seite und bei der anderen Seite genau das Gleiche, nur wenn du eine Aussage machst, die irgendeinem nicht passt, dann bist du irgendwie Schussfeuer von der einen oder anderen Gruppe und dann wirst du halt von allen Seiten mit Scheiße beworfen. Die ganzen Bauerndemos werden ja auch hitzig in Social Media diskutiert und die Diskussionen werden auch in etlichen Richtungen geführt mit etlichen Argumenten und auch sehr emotional und das auch von allen Seiten. Ich persönlich finde jetzt zum Beispiel diese Bauerndemo ehrlich gesagt als eine Ablenkung, die Gründe werde ich dann zum Schluss erwähnen und mein Hauptaugenmerk auch bei den Kurzvideos war auch mehr die Kritik der konventionellen Landwirtschaft. Vor allem ihre aktuellen Anbaumethoden mit der Monokultur, für die dann wieder Gifte, Herbizide, Insektizide, Pestizide, alles rausgeworfen wird, weil hier die Pflanzen nicht mehr so kräftig sind, Schädlinge kommen, Krankheiten und natürlich auch hier so der Ertrag gesichert werden, weil man halt bei der großen Fläche, wie es viele Landwirte haben, mehrere Hektar, einige sogar bis zu 100, da kannst du halt nicht mehr jede Pflanze individuell durchschauen und gucken, was kannst du denn mit der machen oder Mischkultur und alles mit der Hand beenden. Das ist mir schon bewusst. Zusätzlich zerstören sie zum Beispiel mit dem Pflug und den ganzen Umbrechen und Verdichten auch den Boden. Mit den Giften auch nochmal ein Cocktail gegen das Boden leben. Die Gülle, die genauso schädlich für den Boden ist, dann auch ins Grundwasser absägt und dafür eine starke Nitratbelastung sorgt. Und die Artenvielfalt wird auch dezimiert, weil einerseits die Monokultur stattfindet, eine Pflanze, da spezialisieren sich halt dann nur einige Nützlinge oder Insekten und Tiere, die davon profitieren. Die Schädlinge, die halt das Ungleichgewicht beseitigen möchten. Und die Gifte, die bleiben natürlich nicht nur an Ort und Stelle. Die werden ja auch weitergetragen, zum Beispiel durch die Luft und schaden dann auch hier andere Pflanzen, vielleicht vom Nachbarn, der vielleicht ein Biobauer ist als Beispiel. Die Fälle habe ich bei mir genauso. Aber auch Tiere, die halt belastet werden, dann wieder von anderen Tieren gefressen werden. Und hier schließt sich auch wieder der Kreislauf oder die Gifte, die Mikroorganismen, die übrigen im Boden sind und dort halt hier einen horizontalen Genaustausch mit verursachen. Das habe ich ja etwas angesprochen in dem einen Video, die größte Lüge der Landwirtschaft, wo ich ja das Buch von Herwig Pomeresch hier nochmal zusammenfasse. Diese Praktik in der konventionellen Landwirtschaft ist ja nicht nur bei uns so, sondern auch weltweit und da auch zum Teil um einige schlimmer. Und mir braucht jetzt keiner damit rechtfertigen, diesen Giftcocktail auszubringen mit der Aussage, die Dosis macht das Gift. Also wir haben immer mehr Krankheiten, Krebserkrankungen. Kinder bekommen schon Krankheiten, die man vor 100 Jahren bei denen überhaupt nicht erwartet hätte. Mängelzustände, zum Teil auch unschöne Verformungen oder Verkruppelungen am Körper. Und das ganze Zeug nimmt ja auch drastisch zu. Ich habe ja auch in dem einen Video erwähnt, dass unser Darm auch die Psyche mit beeinflussen kann. Und auch hier Depressionen oder auch Epilepsie Ursache in der Darmgesundheit mithaben. Video werde ich ja auch nochmal oben in der Infobeschreibung mit verlinken. Und Glufosat zum Beispiel nimmt auch einen starken Einfluss auf unser Darmmilieu ein. Und krebserregend ist das Zeug auch noch. Aber wie wir hier gerne in Bayern sagen, Barstshow ist im Ausland ja viel schlimmer. Zum Beispiel in Lateinamerika, wo ich da auch war auf den Kaffeeplantagen. Da sind dann Kinder ohne Schutz an den totgespritzten Kaffeepflanzen und ernten da auch alles Mögliche. Das interessiert da auch niemanden. So weit sind wir noch gar nicht, dass wir mit dem Flieger wie in Argentinien da über unsere Bananenplantagen oder Soja das ganze Gift wöchentlich rauswerfen. Solche Zustände haben wir ja noch nicht. Natürlich möchte ich bei den Zuständen jetzt nicht alle Landwirte über einen Kamm scheren. Es gibt schon einige, die ja jetzt mal anfangen, Gründünger im Winter auszubringen, um zum Beispiel auch den Boden zu halten, dass halt Überflütungen nicht so stark werden und auch der Boden mit aufgebaut sind. Ich freue mich wirklich tierisch, wenn ich im November Celia oder Luzernebeete sehe, die dann später dann eingegraben werden als Gründünger, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten. Aber das ist ja erst seit kurzem der Fall und das machen auch nicht alle Landwirte. Und ich begrüße es auch sehr, dass zum Beispiel bei mir in der Gemeinde versucht wird, wieder aus dem katastrophalen Forst wieder einen Mischwald zu machen, weil der ganze Forst aus den Fichtenmonokulturen auch die reinste Katastrophe ist, wo halt die Forstwirtschaft auch schon seit Jahren, über Jahrzehnten sogar, Probleme mit dem Borkenkäfer hat, der Boden übersäuert ist und der Boden auch nicht das Wasser halten kann, wenn jetzt zum Beispiel Starkregen kommt, weil die Fichten mit ihrem Mulch das Wasser nicht langsam absickern lassen können, die Qualität von dem Boden einfach zu schlecht ist und die Fichten nicht in diese Klimazone, wo wir leben, in diesem Flachland hingehören. Und auch hier gibt es auch wieder dutzende Beispiele, zum Beispiel auch beim Forstwirtschaft mit dem Dauerwald, den man halt auch etablieren kann. Und das machen auch Leute erfolgreich, wo sie auch sehr gute Holzqualitäten bekommen. Oder auch hier Permakulturprojekte, wie zum Beispiel das Projekt von Daniel, die Waldgeister hier, mein Kollege, Sepp Holzer zum Beispiel. Dann Leute, die halt Wüsten wieder begrünen in allen möglichen Ländern. Kann man sich auf YouTube mal anschauen, was die Leute da zustande bekommen. Und solche Projekte sollten wir auch gezielt fördern und langsam natürlich aufbauen. Mir ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, wie mir auch immer vorgeworfen wird. Aber das ist halt natürlich die Richtung, in die wir gehen sollen, in den regenerativen, natürlichen Kreislauf, wo wir auch gesunde Lebensmittel mit anbauen und die Natur fördern und nicht den Boden auslaugen, die ganze Natur kaputt machen und zerstören und dann einfach Wüsten für die nachfolgende Generation hinterlassen, weil wir jetzt zu bequem und zu faul sind. Das hat dann unsere Kinder die ganze Drecksarbeit dann machen müssen und wieder alles Mögliche aufbauen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass mit der Permakultur die jetzige Versorgung, die die Landwirtschaft jetzt leistet, auch gewährleistet werden kann, wenn nicht sogar darüber hinaus. Man muss halt nur die richtigen Schlüsse und Methoden halt auch wenn anwenden. Man kann zum Beispiel bei den ganzen Äcker Akroforst nutzen, um halt hier eine schöne Baumreihe auch zu machen, damit halt hier der Acker befestigt wird, der sich selbst mulcht und man kann halt auch hier wieder Erträge von den Bäumen bekommen und die dann auch wieder weiter vertreiben. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Man sollte sich halt nur mal die Zeit nehmen, das vielleicht mal ein bisschen durchdenken und planen und gucken, wie man das Ganze umsetzen kann. Unsere jetzige, momentane, konventionelle Landwirtschaft mit den starken Subventionen ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Die Subventionen sind ja enorm, die die Landwirte auch bekommen, um halt hier Nahrungsmittel herzustellen, wenn man sie überhaupt so bezeichnen darf. Jetzt beschweren sich da die einigen Landwirte, weil sie ja die Subventionen nicht mehr bekommen. Natürlich auch dementsprechend ihre Existenz gefährdet ist, was natürlich logisch ist. Nichtsdestotrotz, das ganze Zeug, was hier finanziert wird, die ganzen Traktoren zum Beispiel, die ganzen Maschinen, die benutzt werden, die Immobilien, die Lagerhallen, die da zum Teil gebaut werden und ganzen Anhänger, das kostet alles ein Heidengeld. Und da kenne ich auch einige, die haben sich das vielleicht auf Pump geholt, haben da sehr viel investiert und das einfach im Hinterkopf, dass sie halt diese Gelder bekommen. Und jetzt werden die Gelder ihnen halt gestrichen. Und da auch hier meine Frage, weil jetzt alle sagen, ja, das ist unverschämt, was die Regierung macht und alles Mögliche. Warum von Anfang an, wenn so viele sagen, dass die Landwirtschaft so grundlegend und essentiell ist, warum ist die Landwirtschaft von vornherein auf diese Subventionen angewiesen und hat man sich so tief darauf eingelassen, dass du halt wirklich von dem Geldgeber, also hier von der Bundesregierung, so abhängig bist und denen du sozusagen auch an der Pfeife tanzen musst, weil wenn du das nicht machst, dann streichen sie dir einfach die Fördergelder und dann kannst du den Betrieb nicht mehr weiter fortführen. Was ich auch nicht verstehe, warum ist der Bauernverband Sponsor für die Grünen? Da habe ich einen Artikel vom Fokus zum Beispiel im November gelesen und jetzt wollen die Bauern, die Landwirte und der Bauernverband, dass die Grünen zurücktreten und die ganze Ampel und Neuwahlen, alles Mögliche. Warum gibt man denn am Anfang ein Geld? Vielleicht, weil zu der Zeit die Debatte stand, ob Glyphosat wieder weiter zugelassen wird oder nicht. Die Menschen solidarisieren sich auch jetzt mit den Landwirten mit dem Grund zum Beispiel, dass sie sonst nichts auf den Teller hätten. Was auch sehr interessant ist, dass wir einen großen Teil von unseren Obst und Gemüse zum Beispiel importieren aus dem Ausland, wie zum Beispiel Spanien oder Italien. Dort wahrscheinlich die Herstellungskosten um einiges geringer sind als hier bei uns in Deutschland. Für unsere Nutztiere importieren wir massenhaft Soja aus dem Ausland, wofür halt hier große Flächen an Regenwälder einfach gerodet werden und mit dem ganzen Soja könntest du ja weitaus mehr Menschen ernähren, so viel wie viel an Tiere in der Massentierhaltung verfüttert werden. Und der Zustand der Tiere in der Massentierhaltung ist auch eigentlich eine Schande für uns Menschen, da kann man sich mal die Videos von Robert Mark Lehmann mal genauer anschauen. Wie schaut das mit der ganzen Lebensmittelverschwendung aus von Sachen, die vielleicht mal angebissen worden sind, die vielleicht ein bisschen krumm sind, nicht gerade, eine kleine faule Stelle haben, vielleicht ein bisschen angebissen ist, wo dann zum Beispiel der Endverbrauch hat und das habe ich ja selbst von meinem Anbau und Verkauf erlebt, dass die Leute das dann unschön finden, nicht kaufen wollen, bleibt halt dann liegen. Manche meinen dann sogar, sie würden dadurch krank werden oder Parasiten bekommen und das ganze Zeug wird dann irgendwie weggeworfen. Von einem Landwirt erfuhr ich sogar, dass er Süßkartoffeln tonnenweise angebaut hat, um das auch in einem Edeka-Markt zu verkaufen. Dieser Edeka-Markt hat er dann aber neun Anbieter aus Marokko gefunden, also neun Landwirten, von denen er viel günstiger anscheinend die Süßkartoffeln bekommen hat. Und dann haben sie dem einen Landwirt hier bei uns abgesagt, der blieb dann auf seinen Süßkartoffeln sitzen, hat das Zeug dann einfach verschenkt oder hat es dann einfach umgegraben in seinen Acker wieder mit rein. Und solche Sachen passieren nicht selten. Und das passiert auch schon länger, über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg. Und über diesen Handelsdruck von den Discountern und Supermärkten, da beschwert sich keiner, sofern das Zeug einfach billig ist und der Landwirt durch Subvention seine Gelder bekommt. Dann juckt es überhaupt niemanden, dass wir solche Zustände haben. Warum bauen wir zum Beispiel Mais für die Biogasanlagen an? Oder nun lukrative Angebote, dass man sich zum Beispiel Sonarpanelen oder Solaranlagen auf den Acker draufstellt, weil das halt sich mehr lohnt. Auch momentan der ganze Fleischkonsum mit der Massentierhaltung hat auch nichts mehr damit zu tun, dass wir halt Essen auf den Tellern bekommen. Das geht dann schon für mich einfach Richtung Luxus. Manche essen halt jeden Tag immer ein Stück Fleisch, wenn nicht sogar an mehreren Mahlzeiten im Tag verteilt, was wir ja früher zum Beispiel auch nicht hatten. Und ich möchte auch bei der Massentierhaltung nicht wissen, beziehungsweise in der Fleischproduktion, wie viel Ausschuss da kommt und was das für eine Ressourcenverschwendung im Allgemeinen ist. Und dann noch weiterführend zum Beispiel solche Luxussachen, wie beispielsweise Kaffee oder auch Schokolade, die wir eigentlich in der Welt auch nicht anbauen müssten, weil sie auch null Mehrwert bieten. Weil entweder haben sich die Leute daran gewöhnt, an diesen Luxus und wollen sie nicht abgewöhnen. Oder im Fall von Kaffee, was ja auch wieder diesen, unseren ganzen kranken Wirtschaftszyklus da mit im Begriff macht, dass sie einfach viel zu müde sind, zu wenig schlafen, ihr ganzer Hormonkreislauf durcheinander ist und deshalb einen Kaffee brauchen. Aber manche auch schon so übertreiben, dass sie halt schon am Tag 5, 6, 7 Tassen Kaffee trinken können. Und ich habe den Kaffeeanbau gesehen. Das ist zum Teil auch eine totale Katastrophe. Und ich habe auch mit Kaffeebauern geredet. Die haben selbst gesagt, das ist einfach nur Luxus. So was braucht man wirklich nicht. Gedanken noch weiter verknüpft. Kaffee und Schokolade als Luxusgut. Und es ist im Allgemeinen schon mehr Luxus geworden, wo die Leute sich mehr priorisieren. Da geht es ja gar nicht mehr darum, wirklich gesundes und gutes Essen auf dem Teller zu haben, weil die Leute Hunger haben. Erstens essen die Leute einfach viel zu viel. Die sind zum Teil auch überfressen. Da kann man sich mal anschauen, wie viele Übergewichtige es überhaupt gibt. Und da beschweren sich auch immer alle, ja, so diese ganzen Abnehmtipps und sowas. Die gibt es ja auch nur, weil der Markt so groß ist, weil die Leute so viele gesundheitliche Probleme haben, weil sie einfach zu viel essen. Viel zu hochverarbeitete Sachen auch zum Teil. Und du siehst ja doch auch die Prioritäten, die die Leute haben. Da geht es auch gar nicht mehr darum, ob sie qualitativ hochwertiges, gesundes Obst und Gemüse aus der Region haben. Da geht es auch einfach nur darum, um den Preis. Und die meisten wollen es einfach nur billig haben. Und dann siehst du auch wieder die Prioritäten, die die meisten Leute haben. Da geht ja alles mehr in die Richtung, ja, ich möchte ein super Auto haben, eine schöne Uhr, zweimal im Urlaub, gutes Haus, ich möchte das, das, das. Da liegt doch gar nicht mehr der Fokus über den Anbau oder dass halt die Landwirte ordentlich bezahlt werden würde, damit sie vielleicht nicht auf Subventionen angewiesen werden. Und das kannst du auch auf andere Berufsgruppen anpeilen. Ein weiteres Argument, was ich gehört habe, ist, dass man den Landwirten helfen soll, weil es halt Familienbetriebe sind und hier eine Tradition bewahrt werden muss. Ach wirklich, ist das so? Ich meine, am Ende der Corona-Pandemie beispielsweise gab es ja einige Unternehmen, wahrscheinlich auch alte Traditionsbetriebe, Bäcker, Friseur, die wegen dem Lockdown nichts machen konnten, die dann zum Teil vielleicht auch Fördergelder bekommen haben, aber die auch wieder zurückzahlen mussten, die einfach pleite gegangen sind. Und das ist halt diese freie Marktwirtschaft, die wir haben, von Angebot und Nachfrage. Wenn du dich halt nicht mehr halten kannst, dann musst du dich halt neu erfinden. Und wenn du dich halt nicht mehr neu erfinden kannst, dann wirst du halt vom Markt liquidiert. Das passiert einfach mal jedem. Dann musst du halt einfach mal loslassen, dich neu erfinden und auch dich neu ausrichten. Und genau das Gleiche gilt halt auch für die Landwirtschaft. So ist es halt eben in unserem System. Und da braucht man auch niemanden mit ehrlicher und harter Arbeit kommen und deswegen sollen die Subventionen und sowas bekommen. Da machen Menschen da draußen ein Heiden ehrlicher und harter Arbeit. Die leben vielleicht an einer Existenzgrenze oder sind auch vollkommen überlastet. Und wir bekommen halt auch keine Subventionen. Ich bekomme noch auch keine Gelder dafür. Und die Leute sagen zu mir auch, ja, der macht ehrliche, harte Arbeit. Aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt schlecht verlangen, dass ich von jemandem 8, 10 oder 20 Euro pro Kilo für die Tomaten bekomme, weil ich mache ja ehrliche, harte Arbeit. Das interessiert doch gar keinen. Zieht doch letztlich auch nur der Preis beispielsweise. Und danach gehen die Leute, das ist auch meine Erfahrung, da wird er einfach vom Discounter beispielsweise verglichen. Das interessiert keinen, ob ich da 16 Stunden am Tag draußen gearbeitet habe in der Hitze oder auch in der Kälte, wo ich die Beete angelegt habe. Das auch zu Weihnachten im Dunkeln mit Stirnlampe am Sonntag, während andere sich einen schönen Abend machen. Das juckt doch niemanden. Hauptsache, das Essen ist günstig, das Saatgut ist einigermaßen preiswert, die Pflanzen auch noch günstig, am besten alles am Discounter ausgerichtet. Es geht auch nicht darum, ob das eine faire, harte Arbeit ist oder ob das von einem Traditionsfamilienbetrieb kommt. Und letztlich geht es einfach nur darum, in dem Sektor stimmt der Preis für den Endverbrauch, dann ist es halt gut. Und momentan haben wir halt die Situation, dass halt die Preise durch die Inflation in allen Ecken und Enden explodieren und die Leute halt unzufrieden sind. Hier ist ehrlich gesagt die Schnittmenge, wo halt dann die Bürger und die Bauern sich zusammen solidarisieren und gegen die Ampelregierung zum Beispiel demonstrieren. Weil wenn jetzt nur die Bauern betroffen werden und nicht die Bürger, dann wäre es den meisten auch ehrlich gesagt auch wirklich egal. Da gab es doch schon lange das Problem mit den Schweinehaltern, dass die halt nicht über die Runden kommen, dass da manche dann stundenlang da ackern und arbeiten und zum Teil auch Verlust machen mit jeder Sau, die sie großziehen. Das Problem bestand doch. Das hat doch aber auch niemanden interessiert oder nicht. Da gab es ja auch nicht so großen Aufschrei. Und da gibt es ja auch schöne Dokumentationen zum Beispiel, die ich bei Arte gesehen habe. Erst wenn es droht, dass das Essen für die Leute unbezahlbar wird und sie dann angeblich dann schon sofort hungern müssen und Panik ausbricht und auch das Bier unbezahlbar vielleicht wird, also saufen und fressen. Dann fangen halt die Leute erst an, dass man halt irgendwas halt tut. Aber davor würde niemand irgendetwas machen. Und das Lustige auch dabei ist, ein kurzer Einschub von der Geschichte hier über meinem Dorf, weil ich rede ja auch mit ganz normalen Biobauern, die halt so in der Richtung, wie ich das betreibe, gehen, die halt auch noch größere Flächen haben. Das ist zum Beispiel auch der Urproduzent, der mich ausgebildet hat. Und er hat mir dann erzählt, dass halt er auch von konventionellen Landwirten, die auch diese ganzen großen Maschinen haben, die auch Gifte rausbringen, auch Subventionen und alles mögliche bekommen, dass er von denen Anfeindungen bekommt, was, ach, der Bio-Öko-Bauer, der was für die Natur tun möchte und alles mögliche, solche Sprüche dann abbekommt. Das ist dann schon richtig lustig, wenn man solche Streitereien dann untereinander sieht und jetzt auf einmal soll man sich solidarisieren. Denn hier geht es doch auch wieder letztlich nur darum, weil die Gelder gestrichen werden. Fertig. Und er orientiert sich auch an den Preisen vom Discounter, ackert sich noch und nöcher. Die Leute sagen auch, er macht wunderbare, harte Arbeit, wunderbare Qualität, lebt aber auch an der Existenzgrenze, fördert aber die Natur und alles Mögliche und muss sich dann noch von seinen Kollegen, in Anführungszeichen, dann sowas noch anhören. Und ich höre auch das Gemecker von ihm, dass es ihm manchmal auch wirklich viel zu viel ist und die Leute auch, ehrlich gesagt, zum Teil auch wirklich undankbar sind. Aber Hauptsache, der Preis passt. Also für mich ist diese Aussage, harte Arbeit soll fair und lohnt werden, so ein bisschen Heuchelei, ehrlich gesagt. Weil diese ganzen Steuergelder und Subventionen, das sind ja Steuergelder. Die werden ja von jedem Einzelnen hier bezahlt. Wenn man die jetzt streichen würde, dann würden die Preise automatisch zahlen. Also letztlich, wenn man die Subventionen streicht, dann liegt es am Endverbraucher. Und wenn der Endverbraucher nicht mehr zahlen möchte, ja, da kannst du so viel harte Arbeit machen, wie du willst. Es will halt dann keiner dafür bezahlen. Punkt, dann müssen die Sachen auch nicht los. Da kannst du auch 24 Stunden arbeiten. Das interessiert halt einfach niemanden. Und mir ist klar, beim Aspekt, wenn man das jetzt mit Permakultur umsetzen möchte, mit viel Handarbeit da rangehen möchte, weg von den ganzen großen Maschinen, dass du halt dafür mehr Leute bräuchtest und dass halt durch die Lohnkosten die Preise natürlich steigen, wenn ich sogar explodieren würde, weil halt Deutschland ein teures Land für die Produktion ist. Deswegen ist ja auch das Ausland viel günstiger. Deswegen importieren wir zum Beispiel aus Italien und Spanien. So, und da haben wir dann das Grundproblem, was halt in der ganzen Argumentation und in den Protesten einfach vergessen wird. Und zwar ist das Hauptproblem einfach dieses inflationäre Geldsystem. Die Leute sind unzufrieden, weil die Preise steigen. Bauern sind unzufrieden, weil sie jetzt die Subventionen gestrichen bekommen, weil das Geld einfach fehlt, weil sie durch ihre Arbeit so nicht genug Geld verdienen würden oder ihre Existenz dann bedroht wird. Leute sind unzufrieden, weil die Energiepreise zu hoch sind. Wissen nicht aus Verzweiflung, wie sie über die Runden kommen können. Und das ist halt einfach dieses inflationäre Geldsystem. Und Roman Reha, Blogtrainer zum Beispiel, der macht ja wunderbare Videos dahingehend über hartes Geld, über die Inflation, über das Fiat-Geld. Und was halt zum Beispiel 1971 passiert ist, als wir den Goldstandard aufgehoben haben, dadurch das Fiat-Geld entstanden ist und damit auch das Gelddrucken und die Preise einfach enorm steigern. Und das verstehen halt viele einfach nicht, die sich mal intensiv mit dem Geldsystem auseinandersetzen. Weil wenn ich dann solche Sachen sehe, ja der Döner, der hat vor den ganzen Preissteuerungen nur 4 Euro gekostet, jetzt wollen die Leute wieder einen Döner für 4 Euro haben und nicht den für 8 Euro und sehen sich nach diesen Zeiten zurück. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen, dass die Leute das Geldsystem des inflationären nicht begreifen, warum das immer weiter entwertet. Oder auch, warum die Leute weg vom Euro wieder wollen und zurück zur D-Mark, weil damals konnten sie sich für 50 Euro einen ganzen Einkaufswagen holen. Das wäre mit der D-Mark heute genauso passiert. Der Euro war vielleicht nur ein Brandbeschleuniger, der den ganzen Prozess einfach beschleunigt hat. Aber die D-Mark, die wäre wahrscheinlich auch die ganze Zeit weiter entwertet worden, dass wir den gleichen Zustand haben, was die Leute wieder meckern. Ja, die D-Mark war früher mehr wert. Ja, wegen der Inflation. Schaut euch doch bitte mal den ganzen Irrsinn da draußen an. Wir produzieren noch und nöcher. Für wen eigentlich? Zum Teil einfach nur zum Wegwerfen uns für den Müll. Wie viele Autos braucht denn noch jeder? Das steht doch schon, wenn du in die Dörfer reinschaust, in die Städte, da stehen doch überall Autos. Eine Familie mit Kindern, da hat da jedes Familienmitglied ein Auto. Und dann wollen die Leute noch mehr. Bei den Kühlschränken kannst du noch den gleichen Irrwitz machen, bei Elektroprodukten und sowas. Und dann werden sie noch so gebaut, dass sie schnell kaputt gehen. Einfach nur zum Produzieren, 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 weil wir irgendwo diese ganzen Schulden abbauen müssen. Das muss ja alles mehr, mehr und mehr werden. Die Landwirtschaft bleibt bei solchen Sachen auch nicht verschont. Und was sollen jetzt hier Neuwahlen helfen? Wen wollt ihr denn bitte wählen? Zuerst hattet ihr die Schnauze voll von der ganzen Merkel-Regierung. Jetzt habt ihr die Ampel gewählt. Jetzt seid ihr mit der Ampel auch nicht zufrieden. Jetzt werden die ganze Zeit Politiker am Amt gewählt, freiwillig von uns, beziehungsweise von euch, weil ich gehe ja nicht wählen, aus einem bestimmten Grund. Und die Leute sind die ganze Zeit unzufrieden, weil der Korruption hat, der handelt gegen die Bürger, hier kommen noch mehr Flüchtlinge rein, buntes Chaos, ohne Ende. Und jetzt, wen wollt ihr wählen? Wollt ihr die AfD wählen? Was können die jetzt zum großen Teil ändern? Die stehen doch genauso vor diesen ganzen Problemen jetzt, was die vorherige Regierung gemacht hat. Die müssen doch vielleicht auch die Verträge einhalten, die ihre Vorgänger vielleicht eingehalten haben. Die können doch das auch nicht von heute auf morgen alles ändern, was die Ampel gemacht hat, was die Frau Merkel alles gemacht hat und sich nicht drum gekümmert hat. Das muss auch mal den Leuten bewusst werden, dass es vielleicht nicht von heute auf morgen geht, dass wir vielleicht jetzt eine Phase haben, wo man durch Schmerzen hindurchgehen muss. Hat die AfD die Möglichkeit, die Geldpolitik zu ändern? Hat sie da die Möglichkeit, Einfluss auf die EZB zu nehmen oder auf die Federal Reserve zum Beispiel, dass sie aufhören mit dem ganzen Gelddrucken, dass wir vielleicht mal auf ein hartes Geld umsteigen? Haben sie dafür die Möglichkeiten? Ich glaube nicht. Da würden sie wahrscheinlich ziemlich schnell abgesägt werden. Da werden sie wahrscheinlich auch wieder unter Druck gesetzt. Wir müssen mal anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Uns mal wirklich mal mit dem System, in dem wir leben, mal auseinanderzusetzen. Das Geldsystem, die ganze Politik dahinter, die Verstrickungen, vielleicht auch mal das Rechtliche mal. Um einfach mal zu wissen, okay, das ist das System. Um mal zu erkennen, okay, wie wollen wir das überhaupt ändern nachhaltig? Dass wir vielleicht nicht immer in die gleichen Fallen reinsteigen. Sich mal hier intensiv die Zeit nehmen, um nochmal über die Sachen zu reden und dann mal anfangen, anstatt zu meckern, zu pöbeln, auch rumzujammern, mal das System von sich selbst, aus vom Innen heraus raus zu befördern und mal hier neue Sachen zuzulassen. Den Wandel von Innen heraus und nicht schon wieder rumpöbeln, die ganzen Straßen blockieren, Mist auf die Straße werfen und sagt, ändert mal irgendwas, ich habe eine Scheißsituation Es fängt von innen an. Das System muss von uns aus innen heraus herauskommen, damit wir vielleicht mal neue Wege finden, wie wir das vielleicht alles hier mal besser machen können und das braucht auch natürlich dementsprechend seine Zeit und ich möchte auch nur mal hinweisen, dass sich halt auch dadurch die ganzen Erwartungszeiten, die wir momentan auch haben, sich immer wieder die Geschichte wiederholt. Wir waren schon mal in so einem Zustand. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann Deutschland mit dem Versailles Vertrag die ganzen Knebelverträge in Schulden geratet sind, wo wir auch in einer Katastrophe gelandet sind, finanziell gesehen. Wo man auch dann in der Weimarer Republik zig tausend Parteien hatte, was wir ja momentan auch haben mit der Sarah-Wagenknecht-Partei, die Basis und da werden noch mehr Parteien gegründet. Leute wollen sogar, dass YouTuber Parteien gründen, damit man die wählt, weil die halt mit ihren Überzeugungen haben. Gründen sich anscheinend jetzt zig neue Parteien. So, und was ist dann 1933 passiert? Finanzielles Chaos, wirtschaftlich komplett am Ende, Politik ein Chaos, alle nur noch am rumheulen, am rummeckern. Ja, und dann 1933 ist das passiert und dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen an Reset für unser Wirtschaftssystem, damit halt wieder neues Wachstum dadurch entstanden werden kann, weil Krieg ist ja ziemlich lukrativ. Erstmal alle finanzieren, damit sie sich hochrüsten können, alles wegbomben, Schutt und Asche, kann man wieder neu bebauen, neues Aufbauen, neues Wirtschaftswachstum, bis halt wir zum Beispiel 2008 wieder an den Punkt gekommen sind, wo halt das ganze System sich eigentlich gar nicht trägt und wir irgendwie die ganze Zeit ein bisschen rumtricksen, die Leute halt noch, es ist noch alles gut, bis es halt dann überhaupt nicht mehr geht und es den Leuten einfach wieder schlecht geht und dann wieder im Schubladen denken, irgendwie ruckartig nach den einfachen Lösungen gegriffen werden und einfach nicht geguckt wird, wie wir das ganze System auch nachhaltig ändern können und es wird auch mit Schmerzen verbunden sein.